Das war's, ist klar. Ich schreit rum, mein Team ist so schlecht. Rennt aus dem Turm raus, crappt ihn da, anstatt in den Turm rein zu crappen. Mein Gegner wurde getötet. Das Team ist schlecht. Der Gegner hat einen Turm zerstört. Das war's nicht so, ich hab' gedacht, ich krieg ihn auch bevor die in den Turm kippen. Damit der Turm dann anfängt, Schaden zu machen, weil ich die angegriffen habe. Ganz ruhig, schaffen wir. Nice. So, und hier noch. Der Blitzkrieg ist wirklich ein bisschen im Farmstil geil. Als Supporter gar nicht gut. Ich sehe die Elise übrigens da drüben. Ich glaube, die haben auch vor die Blitzkriegrennschen rein. Nichts. Schon erledigt. So. Ich hab' den Blitzkrieg getretet. Mist. Oh oh. Nice. Und jetzt hier noch. Okay. Okay. Oh oh. Weg geht's. Aua. Das tat weh. Schade. Hätte ich den Blitzkrieg mit meiner Ulti gerochen. Nice. Ja, jetzt hat er noch vorbei draus. Jetzt hat er sich nicht so groß. Ne. Kann mit. Alter. Ist das ein Bollibeer? Ja. Ich hab' ja nicht gesehen, dass die Bollibeer im Team haben. Ich kann hier grad nicht viel machen, Leute. Ne, die kommt von hinten. Boah, hat er jetzt gemacht? Ist der Esra gestorben? Ja, der Esra. Ja, da bin ich das gestorben. Oh, hier. Warum hab' ich mir das festgestellt? Keine Ahnung. Ich weiß. Ähm. Hm. 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 Was? Dann kostet mir noch Schuuun. Dann kostet mir noch nen Trank. Los, komm. Komm, 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 komm. Ja, nein, nein, doch. Huch, hu, hu. Dann beide uns holen die Vollkack. Immer auf die Umgebung achten. Euer Team hat einen Turm zerstört. Ah. Habe das nicht so gedacht. Habe ich gleich das gehaftet? Ich nehme den Stand, aber okay. So. Was? Mach dir Sex. Vorsichtig. Nur nicht feeden. Aufpassen. Wo ist der Typ? Ne, hier ist er nicht. Zeit sich die Hände stotzig zu machen. Ich kann ja das Video holen. Hu, ach so. Hier bin ich. Was ist dein Begermeister? Boah! Woh, woh,osse ha ha. Aber wie ich ge- hahaha, nice. Jawohl! Ss s sorry but too funny. Das kam mir jetzt echt gut, ey. Fluppton! Hier drüben! Hu, 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 hu. Oh, ja, 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 ja! Oh, ja, 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 ja! Oh, ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Ja, 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 ja! Oh, ja, 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 ja Ich hab mal 8, 7, jetzt der andere Asser hat eine, 8, 5 und 6 Assists, er ist also wesentlich besser als ich. Oh, schön. Mist. Hilft ihm doch, Leute. Oh mein Gott, oh mein Gott, renn weg, es war ihr renn weg, lass uns rückgängig machen. Oh, das war's. So sollten alle schnell weggehen. Hui. Okay, Schuhe hab ich voll, 1, 2 Items hab ich voll. Ich würde da echt weggehen. Ich frag mich grad echt, warum meine Maus so extrem hypersensiv wie momentan ist. Vorsicht dich. Ich bin schon erledigt. Na wohl, Lee. Wird wohl nichts mit deinem Gank. Ich fang dich. Aigro Bot, Team Death. Das ist Zeit. Und no dead. Get inheb. Alles klar. Ich liebe diese Backdoor-Taktik. Wenn es funktioniert, kann es immer wieder funktionieren. Ok Drauf, 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 drauf Oh, das kann nicht sein kein schwein ist gestorben von den freien keiner der hat auch nicht geschahen aber hat den tom zerstört alles klar er hat wahrscheinlich auf kosten seines lebens dann zu ende geführt was für ein held ich werde mich doch lange lange diesen tag erinnern ich habe eine 99 ich möchte heulen 10 5 war der andere es war immer auf die umgebung achten wieder sinnlose ulti habe ich noch nicht meine ultime sinnvolle einsätze dieses heute ich hatte ihn wirklich gekratzt muss ich meinen das team der sinnlosen ultis ich glaube wir sind so das team der sinnlosen ultis das ist die doch machen das hat ein besseres einkaufsbilder das hier in der hand los schon erledigt ich verzieh mich ich freue mich heute abhauen mit Was war das denn gerade noch? Natürlich hau beide wieder nicht hin Ich will nicht sagen, irgendjemand Komm, brenn zu Ende, komm mit Das kann ich sein Was habe ich für ein Team, ey Wie konnte er denn bei dieser Sache gerade das ganze Team Was, war das ja dein Ernst Blitzcrank Ich habe davon Trapped ja ständig Vor den Tower Da wollte ich da hin, der klatscht und dann wäre das gut Stimmt, ja Genau, so sterben Blitzcranks Das wollte ich nur mal sagen Alle die noch nie Blitzcranks sterben sind hören Ah, der hol ich ihn noch Das war's.